Und damit herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Meat Boy. Oh mein Gott, meine Stimme ist elegant. So, also ich freue mich sehr besonders auf diesen Part, da der Part letztes Mal ja gar nicht so verkehrt war. Aber ich werde, wie versprochen, erstmal die ersten 5 Minuten hier ransetzen, weil ich das ja immer mal wieder versuchen werde, auf jeden Fall. Damit ich weiterhin in dieser tollen Übung bleibe. So genial, Alter, wer hätte das gedacht. Okay. Okay, gut. Dann, ähm, stürzen wir uns doch gleich mal ins nächste Kapitel, würde ich sagen. Endlich mal wieder Frischfleisch. So. Ach, das ist das. Kuh. Viel Hilfe. Hä? Ähm. Warte, 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 warte. Ich muss überlegen. Da, alter Junge. Ich fühl mich fett verarscht. Lag. Dankeschön. Bist mir wie ein Vater. Ach, Mann, wieso leckst du denn mal? Kann ich ja gar nicht haben. Ey. Das provoziert richtig. Ich muss gleich wieder, ähm, ausrasten hier. Pfff. Delicious. Wenn der Leck nicht wäre, hätte ich es schon längst geschafft. Ich schwörde. Ich schwörde. Oh, es ist einfach zu schnell, was da ankommt, alter. Ganz ruhig. Pfff. Na, da gibt's keine, da gibt's keine andere Möglichkeit. Wie soll ich das denn so schnell machen, alter? Da war ich wieder. Na, Jungs. Vielleicht wollen die aber auch, dass man hier anfängt. Und dann da rüber geht. Hm. Ah. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Damn, damn, damn. Damn. Damn, damn. Damn. Yeah. Das ist voll das sinnlose Level, sag ich euch. Jetzt hab ich wieder was verkackt. Aber ich vergesse... Ey. Das ist gut. Das ist ja schon überhaupt nicht schön. Ah, da muss ich besser... Besser platzieren. Wow, wow. Ah, da muss ich, glaube ich... Ah, Mann. Da muss ich rüber. Äh, wie hab ich's denn geschafft? Von hier... Alter, Jungs. Au, das tut mir. Man kann sogar so machen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Ah, was soll ich da oben machen? Oh, schon wieder verkackt. Na, das geht... Wie hab ich das denn geschafft, Alter? Wie ein Geistesgestörter. Na, da muss ich rüber. Aber... Oh, Gott. Wie soll ich das machen? Ah, ich muss einfach da... Komm. Ich hab das gleich. Ich hab mir noch eine Chance. Puh. Oh, nein, der... Ey, das ist so unfair, ne? Ich... Das ist so unfair. Mann, ich raste aus. Ich bin zu langsam. Wieso ist das auch so schnell, Mann? Ich muss eigentlich Gleis sofort überspringen, weil sonst hab ich nicht genug bezahlt. Ja. Es geht weiter! Wieso dachte ich, dass es da schon das Ende ist? Wieso geht's da weiter, ey? Oh, mein Gott. Ich halte das nicht noch länger aus. Boah. Puh. So. Äh. Hilfe. Was zum... Hallo? Gott, mein Gott. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße hier, Alter? Ich hasse solche sinnlosen Level, ne? Ach, Gott, ey. Kein Niveau. Kein Niveau. Kein... 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 Wie soll ich denn da? Alter, wie soll ich denn... Ach, ich muss gleich annehmen. Oh, ich... Muss... Muss... Muss gleich hier... Oh, Gott. Oh, das ist doch meine... Fresse aber auch. Das ist wieder so ein sinnloses Level. Viel zu schnell. Oh, Herrlich, Mann. No skill, dieses Level mit Lack... Äh, mit Legs. Mit Legs. Mit Legs. Komm schon. Oh, was ist denn das? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wie könnt ihr denn so eine große Map nach oben machen? Das ist unmöglich. Die haben... Die Entwickler hatten gar nicht die Ressourcen dazu. Scheiße. Lackkacke. Was? Was? Okay. Gut, haben wir hier. Was ist denn das, Junge? Das sieht auf den ersten Blick einfach aus, aber... Das ist unmöglich. Ja, klar. Das ist Schritt 1. Das ist Schritt 2. Ja, ich muss... Einfach wieder ein glückliches Händchen haben. Einfach wieder ein glückliches Händchen haben. Ach, Mann. Stoß dich doch nicht an diesen Fettarsch. Vielleicht habe ich auch einen falschen Ansatz. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste keinen besseren. Ja, ich mache irgendwas falsch. Ah, mein Gott. Ey, ich sterb immer so. Cool. Ich muss einfach da drauf landen. Das wird doch wohl nicht so schwer sein. Och, Gott. Warte mal. Mann, lass mich doch mal landen. Kann man das nicht im Sprung lösen? Dann könnte ich... ...zurückspringen. Ach, egal. Das wird zu dumm. Ich schaffe das schon irgendwie so. Irgendwann. Sind manche Lücken größer als die anderen oder will ich mir das ein? Bild, ich will das ein. Na, ich bild mir das ein, ne? Man kann echt nirgends was machen. Au. Ich brauche nur Glück. Ich knall immer dagegen. Was kann doch nicht sein. Man kommt einfach nicht darüber. Hinweg ist einfach, weil man hier... ...biss nach rechts lenken kann. Weil die ja nach rechts laufen. Aber ich kann ja nicht hier nach links lenken. Weil... ...komme ich ja gleich an den nächsten. Der Rückweg ist behindert. Hilfe, Mann. Ich brauche einen Tipp. Ich muss das so schaffen. Indem ich hier irgendeine... ...ne Sprungtechnik anwende, zumindestens... ...um über diesen... ...Penippel da rüber zu kommen. Ach, wie soll ich das machen, Alter? Das ist so behindert. Das ist so behindert! Brrrr! Ne, Mann, da brauche ich arschviel Glück. Wie kann das Level nur so scheiße sein? Das ist unglaublich, ey. Wie kann man sich auch nur sowas ausdenken? Wo ist hier das Geld? Wo ist hier... Das ist unglaublich, Alter. Das ist unglaublich. Wenn ich es einmal schaffe... ...das zweite Mal sinnvoll zu landen, dann habe ich es geschafft. Mhm. Mhm. Boah, dieses Level... ...saugt meine Kräfte weg. Ohne Scheiße. Ich bin richtig... Ich war anfangs motiviert. Und das Level saugt meine Motivation förmlich auf. Weil das einfach wieder so sinnlos und stupide ist. Boah, Alter. Ne. Ne. Ich muss die Sprungtechnik beherrschen. Vielleicht kann ich auch immer über... Ne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann kann ich nicht da... Ach, meine Selbstgedanken sind wieder richtig cool. So, warte. Oh, Mann! Du... Schwudden! Ne, das ist zu heftig, Mann. Das ist zu heftig. Das 1 zu 1 zu pfeilen, das ist einfach... So heftig. Aaaaaah! Mann, die haben bestimmt nur so ein paar Frames frei da zwischen sich. Ey, das ist so scheiße. Wenn die wenigstens stehen bleiben würden irgendwann. Weil auch die sind irgendwann erschöpft. Aber nein! Die laufen und laufen und laufen. Oh, Gott, ey. Und dann sind die auch noch so sinnlos. Und die merken noch nicht mal, dass sie immer im Kreis laufen. Ich meine, wie ernähren die sich denn? Wann machen die mal Pause? Das ist unglaublich. Oder die sind, äh, wollen sich fortpflanzen und rennen dauernd hinter dem anderen vor einem hinterher. Die merken gar nicht, dass der andere hinter einem anderen herläuft. Oh, mein Gott. Ich schwör, Alter. Ich schwör, Alter. Ich schwör, Alter. Und dann müssen wir sofort an den nächsten. Das ist so behindert. Ich muss also... Das ist meine einzige Chance. direkt an der Kante landen und hoffen, dass ich gerade so in dem richtigen Moment lande, dass ich den Boden treffe. Ohne Schlüssel. Cool. Hätte ich eh nicht geschafft. Ich hasse das Level, man. Kein Bock mehr. Ich habe auch schon wieder ein paar Minuten gemacht. Da! Da war eine Lücke. Hä? Da war gerade eine Lücke, ich schwörde. Das kann ich mir nicht eingebildet haben. Äh, man. Ey, der guckt mal einmal weg, wenn man voll demotiviert ist und dann ist doch mal eine Lücke. Eine Schwammellücke. Äh, ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie sehen die Abstände alle anders aus. Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe schon voll gemackert. Ich bin bestimmt schon voll behindert. Siehst du, den Sprung muss ich auch schaffen. Ich muss... Alter, komm, wie klein! Da muss ich halt den zweiten Sprung auch noch richtig ansetzen können. Und wenn ich immer knalle, ich dagegen. Mann, was hat denn der für einen dicken Kopf? Oh Gott, Alter, endlich! So ein scheiß Level. Junge. Hä? Hallo? Ach, da ist was dazwischen. Na, guck mal. Wie hoch soll ich denn da kommen? Wo soll ich denn da hin? Irgendwie eine Macke? Ich komme ja gar nicht so hoch. Hä, Mann? Verstehe ich nicht. Das Level ist noch unlogisch, als was davor, weil ich es nicht verstehe. Tch. Äh, hä? Ja, manchmal habe ich zwar voll den Anschwung, aber dann kann ich die auch nicht mehr lenken. Und da oben ist ja weit und breit nichts. Hier. Ach! Oh Gott, Alter. Ich soll da rüber und dann da runter... Ah, Junge, klar. Ich habe auch sonst überhaupt nichts zu tun. Bin voll der... Bin voll der Asoziale. Ich gehe draußen mal betteln. Ich bin so eine Macke, dieser Entwickler, die haben echt so viel geraucht. Ja, klar, Alter. Junge. Junge. Yeah, Mann. Junge. Voll krass, Junge. Ach, Mann, ey. Irgendwie muss man sich halt motivieren bei dieser Scheiße. Ich glaube, ich trinke gleich einen Schluck Wasser. Das erhaltet die Nerven. Das erhaltet die Nerven. Yeah. Ich glaube, ich werde das Level heute nicht mehr schaffen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, wo geht es denn da über lange? muss ich wieder... Oh Gott, nein. Das geht doch gar nicht klar. Nein, 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 nein. Tod. Diesen schweren Move muss ich dann da hinten in Perfektion beherrschen. Junge, habt ihr eine Macke oder so? Wird ihr irgendwie geistesgestört, so eine Lackfaktoren hier einzubauen? Oh Gott. Das, ne man Dass ich das schaffe Ist immer so glücklich Wie hoch ist die Chance Wenn ich hier Warte, jetzt mal kurz Konzentration Oh Gott Ne Wie hoch ist die Chance Wenn ich das hier in Sagen wir mal Jeden zehnten Versuch schaffe Und dann hinten auch nochmal Jeden zehnten Versuch brauche Und das dann im zehnten Versuch Und dann im zehnten da Das wären ein Prozent Ein Prozent, dass ich das Level schaffe Ne, wahrscheinlich sogar noch weniger Oh Weil ich ja hier Mehr als zehn mal Jo man Oh Oh scheiße Oh Gott Nein Woher soll ich denn Woher sollte ich das denn wissen Mann Ich trinke erst mal ein Schluck Woher sollte ich das denn wissen Ja klar, da ist auch ein L Stimmt Komm her Ich dachte das ist eine Plattform Oh Mann Ich dachte das war eine Plattform Mann Jetzt bin ich richtig fertig Wie konnte das denn passieren Ich dachte mir Wenn ich das einmal schaffe Dann Dann springe ich auf den Dann ist das erklärt Aber Nein Dann schaffe ich das Und dann Das ist doch unglaublich Albert Einstein würde sich Im Grab umdrehen Wenn er diesen Diese Schritte hier sehen Wollt Oh 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 Okay Ich weiß gar nicht Wann habe ich denn angefangen Ich glaube vor 25 Minuten Ne Ähm Ja 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 Ich beende das dann Ich werde im nächsten Part Mit neuer Energie Da rangehen Und dann schaffe ich das schon Denke ich Ähm Drei Versuche noch Und dann mache ich aus Dittet Versuch 1 Dittet Versuch 2 Und Dittet Versuch 3 Mein letzter Versuch hier Alter Das ist richtig episch Oh Und er lebt lange Der lebt lange Oh Er kämpft Er kämpft Er kämpft Er kämpft Oh Versuch 3 Mein letzter Okay Das ist ja wunderbar So höre ich doch gerne auf So ist der Stand der Dinge Ähm Ja Ja Das ist okay Also bis dann Tschüss Pass 4 Dittetag Hed electric Dittetag Dittetag Plan